Das waren einfach meine Eltern, die zu mir gesagt haben, okay, wir unterstützen dich dabei, du musst dich da durchkämpfen. Und das war halt eben auch damals eine harte Zeit. Es waren viele Jüngerspieler auf dem Markt. Auch damals bei 60, wenn man gesehen hat, ich habe mit Nationalspielern zusammenspielt. Und das war wirklich eine harte Zeit. Bei Allianz-Seriener von 40.000 Zuschauern, das war gegen Offenbach. Wir haben 3-0 gewonnen. Ich bin seit 20 Minuten Verschluss angewechselt worden. Und das war natürlich für mich eine Gänsehaut ohne Ende. Ich konnte mir das nie vorstellen, in so einem Stadion zu spielen. Dann stehen wir da an der Außenlinie und dann wird dir deinen Namen aufgerufen. Die ganzen Zuschauer, Fans, die schreiben deinen Namen und das ist natürlich Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Das ist줄 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.